Herzlich willkommen an den Bildschirmen zu Hause und herzlich willkommen auch hier im Saal und ein herzlich willkommen an Peter Geimer, der uns heute sein aktuelles Buch vorstellen wird. Aber vor dieser Vorstellung hat die Konvention, mit der ich heute auch alles andere als brechen möchte, eine andere Vorstellung gesetzt, die Vorstellung des heutigen Gastes. Und das will ich sehr, sehr gerne tun, wobei ich ihre wirklich beeindruckende Bibliografie, ihrer gut informierten Homepage überantworte und mich heute so ein bisschen kurz halte, da ich weiß, dass niemand hier im Saal für meine Einführung gekommen ist. Fangen wir mit dem Ist-Zustand an. Peter Geimer ist seit Oktober 2022 Direktor des Deutschen Forums für Kunstgeschichte in Paris, wozu ich ganz herzlich gratuliere. Davor war er seit dem Wintersemester 2010-2011 Professor für neuere und neueste Kunstgeschichte an der Freien Universität Berlin und zusammen mit Klaus Krüger, Leiter der Achtjährigen in Ausrufungszeichen, die FG-Kollegforschergruppe Bild-Evidenz, Geschichte und Ästhetik. Der wir schätzungsweise 95 Prozent der aktuellsten und auch wirklich spannendsten bildwissenschaftlichen Forschung verdanken. Neben seinen wissenschaftlichen Arbeiten schreibt er immer regelmäßig auch für das Föhrton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und auf eine Publikation möchte ich dann doch noch zu sprechen kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Publikation ist, mit der sie am ehesten in Verbindung gebracht werden wollen. Aber es ist auf jeden Fall das Buch, mit dem, und ja, ich glaube, man kann schon sagen, fast ganze Generationen von Studierenden sie in Verbindung bringen. Und ich rede von dem Buch Theorien der Fotografie zur Einführung, das im Junius Verlag 2021 wirklich in der sechsten Auflage erschienen ist. Ich habe es selbst mit großem Gewinn gelesen und ich kann wirklich jedem dieses schmale Bändchen nur ganz, ganz nah an die linke Körperhälfte legen. Da ist wirklich verständlich und nie unterkomplex die Doppelnatur der Fotografie in den unterschiedlichsten Theorien reflektiert. Und mit Doppelnatur meine ich natürlich zweierlei. Einmal die Wiederholung der Wirklichkeit im Bild, dann aber auch die massenweise Vervielfältigung dieser Wiederholung. Und jetzt zitiere ich aus der Einführung das reproduzierende und das reproduzierte Bild. Im Junius Verlag erscheint auch Peter Geimers neues Buch, wenn ich richtig informiert bin. Am 1.3. erscheint dort unter dem Titel Theorien der Stadt zur Einführung eine weitere, sicher sehr lesenswerte Einführung. Aber bleiben wir bei Peter Geimers aktuellem Buch und ich denke, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich ankündige, dass es auch hier um das reproduzierende und das reproduzierte Bild geht. Es trägt den Titel Die Farben der Vergangenheit, wie Geschichte zu Bildern wird und ist 2022 im CH Beck Verlag erschienen. Dem historischen Publikumsverlag per se und dem Verlag, in dem sich sehr, sehr viele Historiker verlegt sehen möchten. Worum geht es? Ich will nicht allzu viel vorwegnehmen, ich will nur kurz erwähnen, dass es um die Geschichtsfähigkeit des Bildes und die Unbeobachtbarkeit der Vergangenheit geht. Und diese medial immer schon existente Abwesenheit des Dargestellten versuchte man eben künstlerisch durch die verschiedensten Wirklichkeitseffekte zu überbrücken. Sei es das historisch korrekte Detail, das Präsenzgebiet oder auch das nachkolorierte Foto, dem man seine Grauschattierung nicht mehr gönnen mochte. Geimer, und so könnte man das Buch wirklich unzureichend zusammenfassen, schreibt in seinem Text eine Rekonstruktion von Medien der Verlebendigung und deren Folgen. Eine Folge, und davon werden wir gleich mehr hören, ist, dass es neben dem Bartschen Wirklichkeitseffekt immer auch sogenannte Vergangenheitseffekte gibt, die nicht das gleiche sind wie Wirklichkeitseffekte, aber doch mit ihnen zu tun haben. Noch ein paar Worte zum Ablauf. Peter Geimer wird gleich ungefähr 45 Minuten sprechen, dann werden erst ich und dann Sie die Gelegenheit haben, mit ihm in die Diskussion zu gehen. Und das gilt selbstverständlich auch für den Saal wie für den Zoom. Ich hoffe sehr, dass ich Sie spätestens um 19.30 Uhr entlassen kann, aber es kam durchaus schon mal vor, dass die Lebendigkeit der Diskussion eine kleine Verschiebung von zehn Minuten nötig gemacht hat. Aber nun freue ich mich ganz herzlich auf Ihren Vortrag, Herr Geimer. Bitte schön. Ja, guten Abend. Herzlichen Dank, Frau Schümern, für die freundliche Einführung. Es ist für mich gewissermaßen eine Rückkehr. Ich bin nämlich in Kettwig geboren. Das gehörte aber damals noch zu Düsseldorf, heute gehört es, glaube ich, zu Essen. Ich habe aber keine Erinnerung an diese Zeit, weil ich nur ein Jahr oder ein halbes Jahr, glaube ich, meines Lebens dort verbracht habe. Aber es ist irgendwie jedenfalls interessant, zurückzukommen. Damit sind wir eigentlich schon beim Thema. Es geht ja um Vergangenheit und um die Unbeobachtbarkeit der Vergangenheit und um den Versuch, sich trotz dieser Unbeobachtbarkeit nachträglich ein Bild von der Vergangenheit zu machen. Die Veranstaltung ist angekündigt als Buchvorstellung. Das versuche ich auch zu leisten, indem ich zu Beginn kurz ein paar Dinge über die Gesamtidee, das Gesamtkonzept des Buches sage und dann aber eigentlich in zwei Kapitel hinein zoome, weil meiner Erfahrung nach es besser ist, wenige Dinge konkret und an Fallbeispielen vorzustellen, als zu versuchen, das Buch in seinem gesamten Gedankengang zu rekonstruieren, weil es dann zu oberflächlich wird. Also dadurch werden viele Teile wegfallen, aber ich glaube, wir kommen in der Diskussion dann möglicherweise auch auf Teile, die ich jetzt nicht referieren kann. Und da ich eben das Buch ja ausformuliert habe, würde es jetzt wenig Sinn machen, wenn ich das alles nochmal in schlechteren Worten sage. Deswegen werde ich also Teile aus dem Buch vorlesen, aber ich werde immer wieder auch kommentierende oder kontextualisierende Ergänzungen einflechten. Die Grundidee des Buches ist eigentlich die Beobachtung, dass es in der Beschäftigung mit Vergangenheit, und ich glaube, dass das auch für Historikerinnen und Historiker gilt, ich kann aber nur hier als Kunsthistoriker sprechen, zwei ganz unterschiedliche Tendenzen gibt. Nämlich einmal die Beobachtung, mit der das Buch auch beginnt, die Vergangenheit ist unbeobachtbar. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass man nur beobachten kann, was gegenwärtig geschieht. Also wir können uns hier in dem Raum gegenseitig beobachten, aber wir können nicht die Vergangenheit beobachten. Die Vergangenheit kann man nur indirekt in Form von Resten, Quellen, Dingen, die übrig geblieben sind, nachträglich betrachten. Und das ist eben keine Beobachtung, sondern das ist immer eine Form der nachträglichen Wiedereineignung. Das hat, wie ich finde, sehr schön Roland Barth in einem Satz seines berühmten Fotobuches Die helle Kammer formuliert. Da sagt Barth, die Geschichte ist hysterisch, sie nimmt erst Gestalt an, wenn man sie beobachtet. Und um sie zu beobachten, muss man davon ausgeschlossen sein. Das ist eigentlich die Grundfigur des Buches. Ich glaube, dass Barth nicht wirklich darüber nachgedacht hat, dass dieses Bild hier auch eine gewisse Gender-Konnotation hat mit der Hysterie. Aber ich lasse diesen Aspekt jetzt mal beiseite. Aber was mich interessiert, ist eben die Beobachtung, die er hier macht. Also die Vergangenheit muss man sehen, um etwas darüber sagen zu können. Aber genau das kann man eben nicht, weil man nur, wenn man von ihr ausgeschlossen ist, aus der Distanz heraus überhaupt etwas über sie sagen kann. Das ist sozusagen der eine Pol. Die Vergangenheit als unbeobachtbares Entzogenes. Ich will zwei Zitate nennen, die das, finde ich, sehr schön auf den Punkt bringen, weil sie nämlich die extreme Form dieser Vergangenheit beschreiben. Nämlich eine Vergangenheit, die so vergangen ist, dass es nicht mal mehr irgendwelche Spuren von ihr gibt. Ein schönes Beispiel dafür ist Goethe in Sizilien, der mit seinem Zeichner Knieb durch Sizilien reist und eben Reste der Antike aufsucht. Und dann treffen sie auf die Reste des Jupiter-Tempels. Und der ist so zerstört, dass Goethe dann den schönen Satz sagt in der italienischen Reise, wir schieden mit dem unangenehmen Gefühle, dass hier für den Zeichner gar nichts zu tun sei. Also der Tempel ist so ruiniert, dass es überhaupt keinen Sinn mehr macht, überhaupt noch irgendwie eine Zeichnung zu machen. Noch extremer ist das ausgedrückt bei Johann Joachim Winkelmann, 1764, Geschichte der Kunst des Altertums. Der, nicht ganz zu Unrecht, als Vater der Kunstgeschichte wiederholt bezeichnet worden ist. Und Winkelmann reflektiert an einer Stelle auch über diese radikale Entzogenheit und Vergangenheit und sagt, was nicht mehr ist, ist, als wenn es nimmer mehr gewesen ist. Diese Orte, und damit meint er die Orte in Rom, von denen sich eben überhaupt keine Spur erhalten hat und auch nicht mal eine Anzeige einer Spur, also nicht mal eine Quelle, die überhaupt besagt, dass es dort irgendwo mal was gegeben hat. Und dann wählt er diese, ich finde, sehr schöne Metapher, diese Orte, Zitat, diese Orte sind alle durchgewühlt, von der Anzeigen derselben bleibt weniger im Gedächtnis, als die Spur von einem Schiff im Wasser. Das wäre also der eine Pol, Verschwinden, Entzug, Leere. Der andere Pol ist das genaue Gegenteil, ein zu viel an erhaltenen Resten, eine Überfülle und Aufdringlichkeit des Überlieferten. Und hier ist natürlich ein Kronzeuge, Friedrich Nietzsche, in den unzeitgemäßen Betrachtungen, der ja genau die antiquarische Historie kritisiert, weil er sagt, die kommen überhaupt nicht mehr dazu, irgendwie in der Gegenwart zu leben, weil sie einfach die Vergangenheit so sehr kultivieren, dass sie eigentlich die Gegenwart erstickt. Zusammenfassend, während Winkelmann und Goethe die Erfahrung machen, das Vergangenes sich zusehends entfernt, erinnert Nietzsche an die ebenso zutreffende Wahrheit, dass man sie nicht los wird. Das Wasser, bei Winkelmann Inbegriff des Fluiden, dem keine dauerhafte Spur sich einprägen lässt, erscheint nun als Quelle maßloser Überflutung. Zitat Nietzsche, Um eine ganz andere Stimme zu zitieren, die eine ähnliche Beobachtung macht, Niklas Luhmann, der sich auch in verschiedenen seiner Texte mit der Frage beschäftigt hat, warum man sich eigentlich mit Geschichte beschäftigt. Und Luhmann macht eine ähnliche Beobachtung wie Nietzsche, dass die Vergangenheit nämlich nicht nur in Resten erhalten geblieben ist, sondern auch gewissermaßen in übertriebenem Maße und wie Luhmann sagt, gegen ihren eigentlichen Untergang verteidigt und kultiviert wird. Also Luhmann schreibt, Geschichte wird restauriert, gepflegt, erhalten und gegen den ihr bestimmten Untergang verteidigt. Man zelebriert alte Musik wieder auf alten Instrumenten, obwohl und weil es Instrumentenentwicklungen gibt, die einen besseren Klang ermöglichen. Fabriken im Stile von Tudor-Schlössern werden wenigstens als Fassade, das genügt vollauf, gerettet. Dahinter steht, so in Bielefeld, ein Supermarkt. Man sammelt Spinnräder und Dampflokomotiven, nicht mehr verwendbare Fördertürme, hölzende Küchenschränke und Kuchenformen aus Kupfer. Also ich mag diese Stelle auch, weil Luhmann da relativ selten bei ihm eine sehr große Anschaulichkeit seines Arguments und eine irgendwie fast lebensweltliche Dimension entwickelt. Und eben mit diesen Beispielen, die er übrigens zeigen will, eigentlich hätte das Zeug alles verschwinden können, aber man behält es in der Gegenwart, um eine Differenz zur eigenen Gegenwart zu erzeugen. Also das ist sozusagen die Grundkonstellation des Buches, zu wenig, zu viel, versiegende Quellen, antiquarischer Exzess. Mit diesen Beschreibungen sind nur die extreme historische Rekonstruktionsarbeit angesprochen. In der Regel haben die historischen Wissenschaften es mit Quellen, Artefakten, Relikten zu tun, die weder spurlos im Unentzifferbaren zu verschwinden drohen, noch die Gegenwart als maßloser Überschuss überfluten. So oszillieren die meisten Verfahren historischer Rekonstruktion zwischen Vergegenwärtigung und Entzug. Sie arbeiten an der Aneignung des Vergangenen und verarbeiten zugleich die Erfahrung seiner Unverfügbarkeit. Das gilt jedenfalls für die Techniken und Verfahren, von denen dieses Buch handelt, Versuchen sowie der Herstellung des Vergangenen im Bild. Auch wenn die Sprache traditionell als Leitmedium des Historischen gilt, beruht unsere Vorstellung des Vergangenen maßgeblich auch auf Bildern, Gemälden, Fotografien, seit neuestem auch digitalen Animationen. Und ich füge noch ein weiteres Zitat hinzu, das eigentlich genauso gut wie das Zitat von Roland Barth als Motto des Buches dienen könnte, von Ulrich Rauf. Und Rauf gibt hier eine Kurzdefinition von Geschichte und sagt, Geschichte ist ihrer kürzesten Definition nach das, womit wir nicht fertig werden. Und das ist, glaube ich, einerseits so gemeint, dass natürlich jede Generation die Geschichte wieder neu schreibt. Also jede Gegenwart schreibt sich ihre eigene Vergangenheit neu um. Ich glaube, das ist damit gemeint. Aber ich glaube, es hat auch noch den Unterton, man wird nicht fertig damit. Also es sucht uns heim und erzeugt eine gewisse Unruhe. Ja, also das schwingt hier, glaube ich, auch mit. So, das Buch ist also ein Versuch, gewissermaßen diesen beiden Polen oder diesem Oszillieren zwischen diesen beiden Polen gerecht zu werden. Ich glaube, dass das für möglicherweise auch Verwirrung gesorgt hat. Also es kann mich nicht beklagen über die Rezension, die es zu dem Buch bisher gab. Aber ich glaube, genau die Schwierigkeit ist eben, dass dieses Oszillieren, ich sozusagen versuche, performativ in dem Buch mitzuvollziehen. Das heißt, ich bin mal eher auf dem einen Pol, mal auf dem anderen. Und ich glaube, die Rezensenten zumindest, die, die irgendwie eine klare Message haben wollten, haben die nicht gefunden. Ja, weil sie dachten, der eiert da sozusagen zwischen diesen Polen herum. Aber was will der denn nun sagen? Aber das war sozusagen gezielt so, dass ich mich nicht dafür die eine oder andere Sache entscheide. Und wie angekündigt, möchte ich jetzt zwei Ausschnitte aus dem Buch Ihnen vorstellen. Ich sollte vielleicht noch sagen, das ist vielleicht auch für die Diskussion interessant, dass die Grundidee oder die Grundauffassung des Buches ist, dass sich unterschiedliche Medien zu der gerade skizzierten Fragestellung oder zu dieser Problemlage unterschiedlich verhalten. Deswegen gibt es ein Kapitel über Malerei, ein Kapitel über Fotografie, ein Kapitel über Film. Weil erst mal die Grundbeobachtung des Buches ist, alle diese drei Medien haben unterschiedliche Potenziale, aber auch unterschiedliche Grenzen der Rekonstruierbarkeit. Und ich möchte jetzt eine oder an zwei Beispielen das vorstellen, nämlich einmal der Malerei. Also der erste längere Teil wird über Historienmalerei des 19. Jahrhunderts gehen, aber eine, wie Sie sehen, wäre eine ganz bestimmte Spielart der Historienmalerei. Und dann komme ich zur Fotografie und habe mich entschieden, hoffentlich war richtig die Entscheidung, den Film rauszulassen für heute Abend. Wir können gerne im Gespräch gleich darauf zu sprechen kommen, aber der Erfahrung nach wird es sonst zu verwirrend und zu komplex. Also es ist, glaube ich, besser, wenn ich mich auf zwei Fallstudien konzentriere. Im Mai 1898 berichtet der französische Schriftsteller Charles Iriat von einer Begegnung mit dem Historienmaler Ernest Missioné, die ihm aufgrund eines eigentümlichen Details in Erinnerung geblieben ist. Zitat Eines Tages besuchte ich den Maler Heilbutt in Paris, als Missioné hinzukam. Unter dem Arm trug er, wie ein Schneider, ein großes Bündel Stoff. Als ich meine Verwunderung darüber äußerte, gab Missioné ruhig zur Antwort, das ist die Uniform von Marschall Ney, sie passt nicht und ich bringe sie zu Monsieur Sombré, meinem Schneider, um sie ändern zu lassen. Immer noch Zitat Aus der Ernsthaftigkeit dieser Antwort hätte man schließen können, dass der Marschall noch am Leben war und in Poissy, dort befand sich Missionés Atelier, auf den Maler wartete, um die begonnene Porträtsitzung fortzusetzen, sobald man die Uniform geändert hätte. Zitat Ende Tatsächlich jedoch war der Marschall, dessen Uniform Missioné zum Schneider trug, zu diesem Zeitpunkt bereits seit einem halben Jahrhundert nicht mehr unter den Lebenden. Im Dezember 1815, in dem Geburtsjahr des Künstlers, hatte Manay, der Napoleon zuletzt noch in der Schlacht von Waterloo begleitet hatte, wegen Hoffahrts verurteilt und im Jardin de Luxembourg erschossen. Missionés Interesse an der Uniform des Marschalls stand im Zusammenhang mit dem Gemälde, an dem er in jenen Jahren arbeitete, 1814, der Feldzug in Frankreich. Das Bild zeigt Napoleons Rückzug in Frankreich, nachdem die alliierten Gegner, Russland und Preußen, im März 1814 ihren Vormarsch in Richtung Paris fortsetzten und Napoleon nach der verlorenen Schlacht von Laon den Rückweg nach Soissons angetreten hatte. Dass Missioné hier eine Militäraktion ins Bild setzte, die bereits ein halbes Jahrhundert zurücklag, war keineswegs ungewöhnlich. Seit dem Staatsstreich Napoleons im Dezember 1851 erinnerte man Louis Napoleons, erinnerte man gerne an die Erfolge Napoleons, um sich der eigenen Legitimation zu versichern. Bei Missioné ist von einer solchen Heroisierung wenig zu erkennen. Das Bild irritiert, schreibt Stephanie Moore zu Recht, durch das Zitat Fehlen von Akzenten, von Zeichen, Symbolen und starken Farben. Zitat Ende. Mit versteineter Miene, gefolgt von seinen Märschellen und Generälen, durchquert Napoleon das unwirtliche Gelände im Umland von Paris. Die vor dem grau verhangenden Himmel freigestellte Silhouette lässt ihn als die einzige Person im Bild klar konturiert hervortreten. Braun, grau und schwarz bestimmen die Komposition. Einzig von dem Pferd des Kaisers, der wie der Kritiker Thore bemerkt, wie mit Milch gemalt erscheint, das, Entschuldigung, wie der Kritiker Thore bemerkt, wie mit Milch gemalt erscheint, geht eine auffällige Helligkeit aus, die aus dem Körper des Tieres selbst zu kommen scheint. Hinter Napoleon reitet der bereits erwähnte Marschall Ney, eingehüllt in seinen braunen Mantel, von diesem wird noch die Rede sein, daneben die Generäle Louis-Berthier und Drueau. Von einem Historienbild, das den letzten Feldzug des Kaisers vor seiner Abdankung im April 1814 zeigt, hätte man einen höheren dramaturgischen Einsatz erwarten können. Missionet reduziert das historische Ereignis als auf das bloße Voranschreiten der Grand-Armee im schmutzigen Schnee und in der Ödnis einer Landschaft, aus der alle Farbigkeit gewichen ist. Der Kaiser führt den Feldzug an, aber die Vorstellung eines historischen Ziels, auf das dieser triste Zug sich zubewegt, ist abhandengekommen. So verwundert es nicht, dass die Interpreten des lakonischen Bildes bis heute Schwierigkeiten hatten, das dargestellte Geschehen überhaupt einem spezifischen Zeitpunkt der historischen Ereignisse zuzuordnen. Anders als die Konvention der Historienmalerei es vorsahen, zeigt Missionet keinen fruchtbaren Augenblick, kein exponiertes Ereignis. Die Aufmerksamkeit der Betrachtenden, weder durch erzählerische Dramaturgie noch durch eine dynamische Bildkomposition in Anspruch genommen, verharrt bei der Oberflächlichkeit der Dinge. Missionet ist hier einmal mehr seinem Ruf gerecht geworden, seine Kunst auf die Schilderung scheinbar nebensächlicher Details zu gründen. Einem Schnee zurückgebliegender Helm, den sehen Sie auf dem rechten Bild links unten, der metallene Glanz eines Steigbügels, die hervortretenden Adern des weißen Pferdes oder die Falten im grauen Mantel des Kaisers, werden mit der gleichen Aufmerksamkeit registriert wie die Physiognomie der historischen Akteure. Um die äußere Erscheinung Napoleons historisch korrekt wiedergeben zu können, hatte Missionet den noch lebenden Kammerdiener des Kaisers in der Pariser Rue de Miromis Mnil aufgesucht, um sich genaue Informationen über die Garderobe Napoleons zu verschaffen. Nachdem er vom Kammerdiener erfahren hatte, dass Napoleon, um Zeit zu sparen, beim Anlegen des Mantels nicht wie allgemein üblich die Schulterklappen seiner Uniform abnahm, sondern den Mantel direkt über die Schulterklappen warf, korrigierte Missionet die bereits ausgeführte Gestalt Napoleons. 1892, im Todesjahr Missionets, ruft der Historienmeiler Jean-Paul Laurent das Gemälde in Erinnerung. Zitat, Wer dieses bewegende Bild einmal bewundern konnte, wird es nicht wieder vergessen. Der Gedanke geht einem nicht aus dem Sinn, genau so muss es sich zugetragen haben. Unter einem grauen Wintermantel, Winterhimmel, Entschuldigung, in einer kahlen Ebene, die bis zum Horizont reicht, bewegt sich eine schwarze Masse von Kavalleristen wie ein langer Begräbniszug auf den Betrachter zu. Die Macht, die von diesem meisterhaften Bild ausgeht, zwingt uns, die Malerei zu vergessen, um nichts als die Realität selbst zu sehen. Genau so hat es sich zugetragen. Zitat Ende. Worin genau besteht die Wirklichkeitstreu, die Laurent dem Gemälde hier so empfartig zugesteht? Genau so hat es sich zugetragen. Damit kann offenbar nicht die erzählerisch ambitionierte Durchdringung des historischen Stoffs gemeint sein, vielmehr die um Exaktheit bemühte Wiedergabe aller Personen und Gegenstände, die zum dargestellten Zeitpunkt am Ort des Geschehens gegenwärtig waren. Der Hinweis auf Vollständigkeit und Präzision des Dargestellten gehört in lobender wie in polemischer Absicht zu den wiederkehrenden Motiven der zeitgenössischen Kommentare zu missionieren. So bemerkt Jean Sparral in seiner Kritik des Salons von 1864, Zitat, welche gelehrte Präzision in jeder Linie, Welche Genauigkeit und unvergleichliche Wirklichkeitstreue. Ein anderer Maler hätte Fantasie und Manier walten lassen, aber Monsieur Missioné ist seiner Natur nach ganz von den Tatsachen bestimmt, Zitat Ende. Mit Blick auf das Gemälde Napoleon III. während der Schlacht von Solferino fügt Barral voller Bewunderung hinzu, Monsieur Missioné hat nichts vergessen. Alles ist da. Bis zu dem, das Detail sehen Sie leider nicht aus der Entfernung wahrscheinlich, bis zu dem o-förmigen Ring aus Rauch, den die Explosion einer Kanone für einen Augenblick in der Luft gezeichnet hatte. Kein anderer Maler war so gewissenhaft, Zitat Ende. Auch dieses Schlachtenbild besticht durch die völlige Tatenlosigkeit seiner Protagonisten. Unter einem tiefen, wolkenverhangenen Himmel stehen der Kaiser und seine Offiziere nebeneinander aufgereiht und lassen den Blick gemeinsam in die Leere der Landschaft gleiten. Stärker noch als 1814 dominiert der völlige Stillstand der Ereignisse die Szene. Der Krieg scheint hier vor allem als Gegenstand einer interesselosen und als apathische grenzenden Kontemplation zu sein. Die Körper der drei gefallenen Soldaten im Vordergrund, die sehen Sie vielleicht hier schwach, die im Vordergrund am Boden liegen, erwecken keinerlei Empathie. Sie werden mit der gleichen, kühl konstatierenden Genauigkeit geschildert wie die geografische Gestalt des Geländes oder der von Baral geschilderte, in der Luft stehende Ring aus Rauch. Erneut wird die Aufmerksamkeit der Betrachterinnen und Betrachter so wenig durch erzählerische oder kompositorische Setzungen in Anspruch genommen, dass sie ganz auf die Betrachtung der Oberflächen und Einzelheiten verwiesen ist. Barals Lob der Vollständigkeit, Monsieur Missioné hat nichts vergessen, beschreibt präzise jene obsessive Aufmerksamkeit für Details, die man gewöhnlich übersieht, weil man sie als bedeutungslos und überzählig erachtete. Und genau diese Eigenschaft hat Missioné, das will ich nur kurz erwähnen, als Überleitung auch zu dem Teil zur Fotografie, diese Genauigkeit hat Missioné immer wieder den Vergleich mit Fotografien eingebracht. Also das ist ein Topos der Missioné-Rezeption, dass man sagt, das sind eigentlich Fotografien, die Missioné macht. Ich glaube, das stimmt einerseits, aber es stimmt andererseits natürlich auch nicht, weil es natürlich Malerei ist. Also ich glaube, es ist eher eine Art Mimikrie der Fotografie oder eher eine Art Imitation eines bestimmten fotografischen Realismus. Darauf möchte ich jetzt weiter eingehen. Über die Differenzen zwischen Malerei und Fotografie können die genannten Analogien, die also, wie gesagt, schon im 19. Jahrhundert häufig gezogen worden sind, aber nicht hinwegtäuschen. Es macht einen Unterschied, ob Details als Resultat einer chemisch-physikalischen Aufzeichnung ins Bild gelangt sind, wie das eben bei der Fotografie der Fall gewesen wäre, oder als Resultat manueller künstlerischer Gestaltung. Der im Abseits liegende Helm auf Missionés 1814 erscheint dort aufgrund einer ästhetischen Entscheidung des Malers und besitzt keinerlei Bestätigungsfunktion. Auf einer Fotografie hingegen würde man ihn dort sehen, weil er sich zum Zeitpunkt der Aufnahme tatsächlich am gezeigten Ort befunden hätte. Ganz gleich, ob der Fotograf ihn dort auch wahrgenommen oder unbewusst aufgezeichnet hätte. Also das ist vielleicht der erste oder einer der ersten Punkte, die wir diskutieren können. Ganz grob gesagt, in der Geschichte der Fotografie-Schreibung gibt es zwei vielleicht ganz unterschiedliche Auffassungen. Die einen, die sagen, die Fotografie ist eigentlich nur die Fortsetzung einer Bildtradition, die wir schon aus der Malerei kennen. Also das ist meistens, argumentiert man dann, ikonografisch. Die Bilder sehen sich manchmal sogar zum Verwechseln ähnlich. Die andere Fraktion, Helmut Lehten hat mal so schön die Silbersalz-Fraktion gesagt, der ich angehöre, würde darauf insistieren, dass Fotografie per se was anderes ist, weil sie nämlich auf anderem Wege in die Welt gekommen ist und weil ihr eine andere Technologie zugrunde liegt. Das macht sie noch nicht objektiv oder neutral, aber sie werden in meiner Argumentation sehen, dass das einen ziemlichen Unterschied meiner Meinung nach macht, ob wir es mit Fotografien oder Malereien zu tun haben und deswegen ja auch eingangs erwähnt die Überlegung, das Buch nach verschiedenen Medien zu gliedern. Und doch ist der Vergleich der Historienbilder-Missionais mit der Fotografie aufschlussreich. Auch wenn Oras' Beschreibung von 1814 als fotografische Studie nicht auf eine tatsächliche Verwechselbarkeit des Gemäldes mit einer Fotografie zielt, das hätte schon die divergierende Farbigkeit bei den Medien sowie ihr unterschiedliches Format verhindert, beschreibt sie doch Messionais ästhetisches Verfahren, den registrierenden Charakter der Fotografie im Medium der Malerei zu adaptieren. Es war nicht zuletzt diese malerische Mimikrie fotografischer Detailtreue, die Betrachterinnen und Betrachter der Historienbilder Messionais ausrufen ließ, alles ist da, genau so hat es sich zugetragen. Während Baral das quasi-fotografische Registrieren von Details mit Lob bedachte, trug es Messionais auch die schroffe Ablehnung modernistisch gestimmter Kunstkritiker ein, wie etwa folgende Abrechnung Emile Solas beweist, Zitat, volkstümliche Beliebtheit ist immer ein schlechtes Zeichen. Warum stürzt sich das Publikum mit solcher Begeisterung auf Messionais Werke? Offensichtlich geht es hierbei nicht um den künstlerischen Wert seiner Werke. In Wahrheit ist das Publikum schlicht und einfach in die Taschenspielerkunststückchen des Künstlers vernaht. Er malt die Knöpfe an einer Weste, die Anhänge an einer Uhrenkette so genau und so gut, dass kein Detail verloren geht. Messionais ist der Abgott der Bourgeoisie, die die von wahren Kunstwerken ausgehenden starken Empfindungen nicht mag. Die Detailgenauigkeit mit der Messionais seine historischen Sujets zu modellieren und näher heranzurücken versuchte, war in den Augen Solars bloße Effekthascherei. Was der Maler als prägendes Merkmal seiner Kunst ansah, war für den Kritikern im Gegenteil der Beleg ihrer absoluten Kunstlosigkeit. Die Kritik an der Verabsolutierung des Details war im Jahr 1878, als Solars seine Zurückweisung Messionais formulierte, freilich nicht neu. Drei Jahrzehnte zuvor traf sie bereits den Historienmaler Horace Vernet, der die dargestellten Ereignisse zwar noch nicht wie später Missionais an ihren narrativen Nullpunkt heruntergefahren hatte, der aber ebenso wie diese auf einen Überschuss an Detail setzte. 1846 brachte Vernet dieses Vorgehen folgenden Frontalangriff Charles Baudelaire's ein. Ich hasse diesen Mann, weil seine Bilder überhaupt keine Malerei sind, sondern eine häufige behende Masturbation eine Reizung der französischen Epidermis. Wer weiß besser als er, wie viele Knöpfe an jeder Uniform sind, welche Uniform nach zahlreichen Märschen eine Gamasche oder ein ausgetretener Stiefel annimmt, an welcher Stelle des Lederzeugs das Kupfer der Waffen einen Fleck Grünspan hinterlässt. Zitat Ende. Dass in der Kritik des realistischen Details immer wieder Knöpfe als besonders aufdringliches Attribut genannt werden, ist vermutlich kein Zufall. Ihre Abzählbarkeit bei gleichzeitiger Wertlosigkeit und Irrelevanz für das dargestellte Geschehen prädestiniert sie zum Emblem einer falschen Genauigkeit und sinnlosen Präzision zu werden. Aber auch die beiden anderen Posten auf Baudelaire's ästhetischer Mengelliste, die ausgetretene Gamasche und der grüne Fleck, lassen ein Muster erkennen. Es handelt sich um Eintragung aus dem Phänomen Bereich der Spur. Spuren, schreibt Sibylle Krämer, treten gegenständlich vor Augen, ohne physische Signatur auch keine Spur. Spuren entstehen durch Berührung, also durchaus stofflich. Sie zeigen sich in und am Material. Spuren, immer noch Sibylle Krämer, gehören der Welt der Dinge an, nur Kraft eines Kontinuums in der Materialität, Körperlichkeit und Sinnlichkeit der Welt ist das Spuren hinterlassen und Spuren lesen also möglich. Zitat Ende. So zeigen sich in der ausgetretenen Gamasche die zurückgelegten Etappen als sichtbare Signatur. Der vom Grünspan hinterlassene Fleck beruht auf einer physischen Berührung zweier Materialien, bei der sich die Farbe des Kupfers dem Lederzeug dauerhaft eingeprägt hat. Es gibt, wie Aleida Aßmann in Anlehnung an Karl Spamers Definition der Spur beschreibt, als Krafteinwirkung an einem ungelebten Objekt formuliert, mehr oder weniger Spuren und gedächtnisfähige Materialien. Immer noch Aleida Aßmann, Flüssigkeiten sind normalerweise nicht spurenfähig, weil sich Oberflächen automatisch wieder glätten und Löcher wieder füllen und schließen. Deshalb ist der Lebensstrom zur zentralen Metapher des Vergessens geworden. Zitat Ende. Winkelmanns zu Beginn zitiertes Wort vom Verschwundensein von dem weniger bleibe, vom Verschwundenen von dem weniger bleibe als die Spur von einem Schiff im Wasser erinnert daran. Formbare Stoffe und modellierbare Oberfläche hingegen sind, so Aßmann, Spuren und also gedächtnisfähig und halten die ihnen eingeprägten Veränderungen als Abdruck gegenwärtig. Auf den Historienmelden Missionés begegnet man der Repräsentation solcher Spurenträger überall. Im schmutzigen Gemisch aus Lehm und Schnee, in dem ein dort entlanggezogener Musitionswagen zwei tiefe Furchen hinterlassen hat, im Stoff einer Uniform, in dem sich die Bewegungen des Körpers als Faltenmuster abzeichnen, in den einzelnen Furchen eines Ackerbodens, deren hyperrealistische Durchmodellierung im Kontrast zum unbearbeiteten Stück fällt daneben, umso stärker ins Auge fällt. Die Furchen verlangen vom Betrachter nicht weniger Aufmerksamkeit als die titelgebenden Korossüre vor dem Angriff, die ohnehin nur nebeneinander aufgereiht am Schauplatz stehen und darauf warten, dass etwas passiert. Auch das zwei Jahre zuvor entstandene Gemälde Moreau und Dissol vor Hohenlinden setzt den topografischen Grund, auf dem die historischen Akteure sich bewegen, prominent ins Bild. Während Moreau und Dissol im Hintergrund von einem Felsvorsprung aus die Lage erkunden, beanspruchen ihre zurückgelassenen Pferde und die beiden Adjutanten das Zentrum des Bildes. Die Spuren im weißen Schnee geben zu erkennen, von wo aus die Gruppe den Schauplatz betreten hat und dass die von dem Adjutanten locker am Zügel gehaltenen Pferde einige Male auf der Stelle hin und her getreten sind. Und wieder hat Missioné nichts vergessen. Auch der kurze Weg, den Moreau und Dissol zu ihrem Aussichtspunkt zurückgelegt haben, wird durch die Stiefelspuren markiert und neben den tiefen Abdrücken der Hufe im Schnee erblickt man rechts im Vordergrund auch die zarten Spuren eines dort entlang gelaufenen Hasen. Das sehen Sie vielleicht ganz schwach hier vorne. Wie im Fall der malerischen Imitation des Aufzeichnungscharakters der Fotografie adaptiert Missioné auch in der Abbildung solcher Spuren die Funktionsweise indexikalischer Verfahren. Die gemalten Spuren sind selbst nicht indexikalisch, es sei denn, man sieht sie als Spuren des Pinsels, das kann man natürlich machen, doch zitieren sie den Zeugnischarakter des indexikalischen im Medium der Malerei. Dabei führen alle diese Spuren letztlich zu nichts. Anders als im von Carlo Ginzburg beschriebenen Indizienparadigma, das in der Spurensicherung eine, so Ginzburg tiefere, sonst nicht erreichbare Realität berührt und im Unterschied zu der von Paul Ricoeur beschriebenen Orientierungsleistung der Spur L'Orient la Chasse, La Quête, L'Enquête, la Recherche, erscheinen die auf den Historienbildern Missionés dargestellten Spuren tautologisch und leer. Dass vor der Schlacht von Hohenlinden, die im Dezember 1800 die Niederlage der Truppen Johannes von Österreichs besiegelte, ein Hase durch den tiefen Schnee gelaufen ist und die Pferde der Generäle Moreau und des Soll einige Male unruhig auf der Stelle getreten sind, ist weltgeschichtlich ohne Belang. Die Spuren sind lesbar, aber ihre Entzifferung offenbart nichts. Dasselbe gilt für den beschriebenen Überschuss an Details. Es tut nichts zur Sache, dass während der Schlacht von Friedland im Abseits der historischen Geschehnisse der Schatten eines Steigbügels auf einen blank geputzten Reiterstiefel gefallen ist. Alles ist da, aber die Vollständigkeit des Gezeigten erklärt nichts. Wenn Jean-Paul Laurent Missionés Darstellung des Feldzugs von 1814 bescheinigt, nichts als die Realität selbst zu zeigen, genau so hat es sich zugetragen, meint dieses Lob nicht die anschauliche Schilderung und Vermittlung eines historisch bedeutsamen Geschehens, sondern die Zurschaustellung seiner puren Faktizität. Die gemalten Spuren sind akkumulierte Details auf den Historienbildern Missionés, sie sind Ausdruck einer leeren Evidenz. Sie treten in aller Deutlichkeit aber ihre Lesbarkeit erschließt keine tiefere verborgene Bedeutung. Missionés interessiert nicht das sprechende und bedeutungsgeladene Detail, sondern das periphere und belanglose Detail, nicht die bedeutungsvolle Spur, sondern die Spur ohne besondere Botschaft. Und ich habe in dem Buch den Versuch unternommen, das werde ich jetzt ein bisschen gerafft referieren, diese Art von Realismus zu vergleichen mit dem, das hat Froschurmann in der Einleitung schon erwähnt, mit dem, was Roland Barth den berühmten gleichnamigen Text, den Wirklichkeitseffekt nennt. Beides Ausgangspunkt ist eine Erzählung von Flaubert 1877, ein schlichtes Herz und ein Text von Jules Michelet, also dem Historiker, der die Enthauptung Charlotte Cordes zeigt, im fünften Band seiner Histoire de France von stellt ist, warum erzählt uns Flaubert so viele Details, er beschreibt das Zimmer von Madame Aubin, beschreibt nicht nur wie viele Stühle da stehen, sondern wie die Tapete aussieht, alle Gegenstände, die auf dem Kamin liegen und Barth fragt sich, was soll das, also warum dieser Überschuss an Details und Barths Erklärung ist, das ist ein Realismus, der eigentlich aus der Geschichte, aus der Geschichtsschreibung kommt und der aber im 19. Jahrhundert auch auf die realistische Literatur übergreift, nämlich ein Realismus, der sich dadurch rechtfertigt, dass er nichts vergisst, also hier sehen Sie, wo ich die Parallele zu Roland Barth sehe, das ist ein Realismus, der sozusagen an der Grenze der Sinnlosigkeit operiert, aber der das Ethos hat, hier wird alles aufgezählt, hier wird alles gesagt, um der Authentizität Rechnung zu tragen, wie gesagt, bis an die Schwelle der Sinnlosigkeit, ich referiere wie Barth ich glaube, er ist viel schwieriger, wenn man ihn auf Literatur bezieht, ich glaube, Barths Argument passt viel besser auf Missionés Malerei, er ist auch zu Recht kritisiert worden in der Literatur, vielleicht können wir darauf später ein, ich resümiere nur, was Barth sagt, all dies, also all diese Details, die Flaubert aufführt, aber auch Michelet, also Barth sagt, warum sagt er uns, dass der Henker dreimal an die Tür klopft, warum sagt er uns, dass diese Tür aus Holz ist, all das, sagt Barth, um eben auch zu sagen, hier wurde nichts vergessen, so jetzt das Resümee, all das, also diese Akkumulation von Details, schreibt Barth, all das, dass das Wirkliche, all das besagt, dass das Wirkliche angeblich sich selbst genügt, dass es stark genug ist, jede Vorstellung einer Funktion Lügen zu strafen, dass die Äußerung des Wirklichen keineswegs in eine Struktur integriert zu werden braucht und das Dagewesensein der Dinge ein ausreichendes Prinzip für das Sprechen ist. So liegt die Pointe des Textes von Barth darin, dass die zu Beginn als verschwenderig, luxuriös und unnütz bezeichneten Details keineswegs so funktionslos sind, wie sie vorzugeben vermöchten. Am Ende entkommen auch sie der Unhintergebarkeit des Bedeutens nicht. Ihre Bedeutung, so lautet Barths Schlussfolgerung, liegt eben gerade in ihrer Bedeutungslosigkeit, Zitat, denn in dem Augenblick, in dem diese Details angeblich direkt das Wirkliche denotieren, tun sie stillschweigend nichts anderes als dieses Wirkliche zu bedeuten. Das Barometer Flaubert's, die kleine Tür Michelés, sagen letztlich nichts anderes als wir sind das Wirkliche. So, um die Sache noch ein bisschen komplexer zu machen, ich habe bisher eine Schneise sozusagen definiert in Barths, schon in Messiaunes Historienmalerei, sein Interesse für Details, für Abfall, für das Nebensächliche und Beiläufige und sein Imitieren der Spur und was in dem Buch, was glaube ich auch einige Rezentienten verwirrt hat, ein Argument ist es zu sagen, dass wir es eigentlich, glaube ich, bei allen Formen der Rekonstruktion mit Vergangenheit, jedenfalls soweit es die Bilder betrifft, mit Michformen zu tun haben. Es kommen eigentlich immer ganz verschiedene Traditionen in ein und demselben Bild zusammen und jetzt möchte ich noch abschließend zum Missione-Teil einen Aspekt referieren, der irgendwie verzahnt ist mit dem, was ich gerade beschrieben habe, aber im Grunde genommen nochmal ein ganz anderes Register bedient. Warum trug Missione wie eingangs beschrieben ein Bündel Stoff die historische Uniform des Marschalls Ney unter dem Arm? Die Antwort auf diese Frage geben einige Berichte über Missiones akribische Vorarbeiten und Recherchen. Wie jede Darstellung von Geschichte so schlossen auch Missiones Historienbilder jede Möglichkeit unmittelbarer Beobachtung aus. Historische Rekonstruktionen gründen in einer Aporie. Was sich beobachten lässt, ist noch nicht vergangen und umgekehrt, das Vergangene ist nicht beobachtbar und kann nur indirekt und aus zeitlicher Distanz rekonstruiert werden. Im Falle der Napoleon-Bilder war es ein halbes Jahrhundert, das Missione vom historischen Geschehen trennte. Missione reagierte darauf, indem er die Sujets seiner Historienbilder, das habe ich jetzt ausführlich referiert, mit Hilfe authentischer Objekte, Utensilien und Modellen nachstellte. Einmal mehr zeigt er sich damit als idealtypisches Gegenbild zu Baudelaire's Maler des modernen Lebens. Zitat Baudelaire, wenn ein echter Künstler zur endgültigen Fassung seines Werks schreitet, wäre das Modell ihm eher ein Hindernis als eine Hilfe. Also das, was ihm unmittelbar vor Augen steht, behindert eigentlich die Einbildungskraft des Künstlers. Zitat Ende. Die Gegenwart des Modells beeinträchtigt die Einbildungskraft des Künstlers durch eine, wieder Baudelaire, Menge von Details, die allesamt mit der Wut einer nach absoluter Gleichheit lächstensigen Menge ihr Recht fordern. Zitat Ende. Wurde er aus dem Gedächtnis malende Künstler, den Baudelaire favorisiert, durch Abstraktion zum Wesentlichen vorzudringen sucht, reproduziert er nach dem Modell arbeitenden Maler nur den inflationären Überschuss sinnloser Details. Baudelaire, je unparteiischer der Künstler sich der Einzelheiten annimmt, umso mehr wächst die Anarchie. Zitat Ende. Dieser Anarchie hatte Missionet sich verschrieben und die Mimikrie des Vergangenen dabei bis zum Äußersten getrieben. Charles Missionet, der Sohn des Malers, berichtet von den Vorbereitungen für das Gemälde 1814. Zitat. Als im Garten genügend Schnee gefallen war, machte mein Vater sich ans Werk, ließ seine Bediensteten den Schnee festtrampeln und mit Hilfe von Holzkarren und Breschen in das Gelände fahren. Der erwünschte schlammige, schmutzige und trübselige Eindruck stellte sich ein. Bemerkenswerter noch als die von Charles Missionet beschriebene Nachstellung topografischer und klimatischer Gegebenheiten ist jedoch Missionets Einsatz historischer Requisiten wie eben jener Uniform des Marschalls nahe. Dass Missionet sich die abgetragene Uniform aus dem Nachlass des Marschalls besorgt hatte, ist angesichts seiner Passion für jedes noch so unscheinbare Detail nicht überraschend. Seine Sammlung umfasste neben Uniformen historische Gewehre, Schwerter, Helme, Knöpfe, Zaumzeug und Hufeisen. Aber warum und für wen musste mit Nays Uniform fünf Jahrzehnte nach dem trostlosen Tod des Marschalls im Jardin de Luxembourg im Schneideratelier noch einmal umgeändert werden? Folgende Notiz des Kunstkritikers Philippe heute bin ich zum zweiten Mal nach Poissy gefahren. Ich fand Missionet in dem kleinen Hof, der zum Schloss führt. Er saß dort in der prallen Sonne auf dem hölzernen Modell eines Pferdes in der Uniform eines Kolonel der Grenadiersgarde. Schwere Stiefel, Kniehose aus weißem Kaschmir, die Brust mit Orden besetzt, in den grauen Gehrock gehüllt. Es handelte sich dabei um das exakte Faximile der Uniform Napoleons, in alle Einzelheiten hinein nachschneiden. In der Hand hielt er eine kleine Platte, auf der ein Blatt weißes Papier befestigt war und malte ein Selbstporträt, in dem er sich in einem großen Spiegel betrachtete, der aufrecht vor ihm stand. Missionets Versuch, daran erinnert Berti, an dieser Stelle den historischen Mantel Napoleons aus dem Pariser Musée des Souverins zu entleihen, schlug fehl. Daraufhin erwirkte er die Genehmigung, wenigstens ein Faximile herstellen zu dürfen. Von den Knöpfen des originalen Kleidungsstücks wurden Modellabgüsse genommen, der facsimilierte Mantel wurde Wind und Regen ausgesetzt, um den verwitterten Anschein seines historischen Vorbildes zu enthalten. Der Gehilfe, der dem Maler für den Marschall Modell saß, trug den besagten Mantel, den Missionet zu diesem Zweck hatte umändern lassen. In der bereits zitierten Schilderung einer anderen Sitzung, diesmal in winterlicher Kälte, ergänzt Missionets Sohn weitere Details. Zitat »Alle Einzelheiten der Kleidung waren bereit. Man hatte sie unter den Augen des Prinzen Napoleons ausgeführt. Alles war streng nach den authentischen Reliquien des Kaisers gefertigt, die noch im Besitz des Prinzen waren. Die Kälte war enorm und die Füße meines Vaters froren an den metallenen Steigbügeln in Reichweite ein Kohlebecken postierte, an dem er von Zeit zu Zeit seine klammen Finger aufwärmen konnte. Freunde versuchten ihn davon zu überzeugen, dass er sich unnötige Strapazen auferlegte. Wenn der Grundaufbau des Bildes einmal feststand, warum kehrte er dann nicht ins Atelier zurück, um die Figuren auszuführen. Mein Vater machte sie darauf aufmerksam, dass ihm im Atelier die Farbwerte und die Tonwerte im Zusammenspiel von Figur und Landschaft fehlten. So wurden bis zum Schluss sämtliche Studien unter den genannten Bedingungen ausgeführt. Führt man sich die von Bertie und Charles Missionet beschriebene Szenerie vor Augen, wird noch einmal deutlich, welcher inszenatorische Aufwand betrieben werden musste, um den beabsichtigten Realismus der Darstellung zu sichern. Ein Maler im facsimilierten Mantel auf einem Holzpferd sitzend, frei aufgestellten Spiegel ein Selbstbildnis zu zeichnen, umgeben von Bediensteten mit Fußwärmern und Kohlebecken. Während Missionet sich einerseits historische Relikte beschaffte und darauf bestand, es müsse beim Malen alles real und sinnig erfahrbar vor seinen Augen stehen, gründet ein Teil dieser Wirkungsmacht auf der Wirkungsmacht der Imagination. Denn aus welchem Grund müssen die Vorstudien zu einem Historien Gemälden mit Objekten aus dem persönlichen Besitz der Dargestellten angereichert werden. Missionets Hinweis auf Farbe und Licht, die er im Freien besser studieren könne als in der Geschlossenheit des Ateliers, mögen sein Ausharren unter freiem Himmel ein kleines Martyrium für die gute Sache des Realismus erklären. Sie erklären aber nicht, warum es notwendig war, bei dieser Veranstaltung Gegenstände aus dem persönlichen Besitz des Kaisers zu verwenden. Missionets Sohn spricht in diesem Zusammenhang zu Recht von authentischen Reliquien. Und auch nach den Worten Iriats waren es Reliquien des Empires, mit denen Missionet sich beim Malen umgab. Er bestand darauf, dass alles authentisch sein müsse, Kostüme, Waffen, Dekorationsgegenstände, selbst die unbedeutenden Nebensächlichkeiten. Also was mich hier interessiert, ist der Umstand, dass Missionet mit dieser Passion für die Reliquien, die also irgendwie in der Imagination, in Berührung mit den historischen Figuren gestanden haben, weit über den Realismus seiner Malerei hinaus geht, denn all das ist auf dem Bild natürlich nicht anzusehen. Ich sehe dem Bild nicht an, dass der Maler, der das gemacht hat, auf dem scheinbar authentischen Sattel gesessen hat, aber Missionet betreibt diesen ganzen Aufwand, um sozusagen diesen Realismus zu sichern. Und das habe ich eben vergessen zu sagen, die Definition des Realismus, die Barth gegeben hat, die für mich sehr interessant war, also am Beispiel des Flaubert-Textes, ist, er sagt, der Realismus ist ein Diskurs, der nur vom Referenten beglaubigte Äußerung akzeptiert. Es muss von der Sache selbst irgendwie eine Autorisierung erfolgen, die Berührung mit der Sache selbst, die exakte Rekonstruktion des Details und so weiter. Also das Definition einer Spielart von Realismus, der Realismus als Diskurs, der nur vom Referenten beglaubigte Äußerungen akzeptiert. Der Umgang mit diesen Relikten versprach Missionet offenbar eine zusätzliche Authentifizierung, die Entfaltung historischer Aura. Auratisch ist ein Gegenstand, so Georges Didi-Übermann, Zitat, dessen Erscheinung über seine Sichtbarkeit hinaus das verbreitet, was man mit Vorstellungen bezeichnen könnte, Vorstellungen die Konstellation oder Wolken um ihn herum bilden. Zitat Ende. Solche Vorstellungen über die eigene Sichtbarkeit hinaus bewirkten auch die Relikte des Empire. Ihre Echtheit war ihnen nicht anzusehen, konnte ihnen aber zugeschrieben werden. Die Beglaubigung durch die Sache selbst stellte sich eben nicht von selbst her, sondern bedurfte ergänzender Verfahren der Authentifizierung, in der Absicht das Dargestellte gleichsam von außen mit zusätzlicher Referenz zu versorgen. Die Wirkung dieser Relikte verdankte sich alleine ihrer historischen Echtheit, der Vorstellung, dass sie früher einmal in direkter physiologischer Verbindung mit ihrem Träger, physischer Verbindung mit ihrem Träger gestanden haben und ihnen diese Nähe, wie den Berührungsreliquien des Christentums, noch immer anzuhaften schienen. Die Betrachtung der Arbeitspraxis Missionés hat ein Ensemble diverser Verfahrensweisen zum Vorschein gebracht. Zu den vorbereitenden Tätigkeiten gehörten das Sammeln historischer Waffen und Uniformen, die Herstellung von Faximiles, Attrappen und Modellen, die Befragung von Zeitzeugen und das Studium historischer Schriften. Auf dieser Grundlage inszenierte Missioné die beschriebenen Wirklichkeitseffekte, das Vorzeigen von Details, deren tautologische Existenz verbürgte, dass hier nichts vergessen wurde, die malerische Mimikrie der indexikalischen Spur, ein Realismus dessen Vergangenheit, dessen Fluchtpunkt, das, wie Barthes so schön genannt hat, das Dagewesensein der Dinge war. Wie sich gezeigt hat, war dieser Wille zur Wirklichkeit sich selbst nicht genug. Ihm korrespondierten die Hervorbringungen der Einbildungskraft, die Empfindung historischer Echtheit im Umgang mit auratischen Überresten der Geschichte, die Aneignung der Vergangenheit im historischen Kostüm und durch körperliche Einfühlung. Dazu noch zwei weitere Abbildungen, das ist ein wahrscheinlich das von Charles Messonais beschriebene Selbstbildnis, also Sie sehen hier, erkennen klar hier wieder die Napoleon-Gestalt aus dem Gemälde, es ist aber zugleich ein Selbstporträt Messonais, also wenn man Messonais-Züge kennt, sieht man hier sehr klar, er hat sich hier selber gezeigt. Was ich also mit diesem Bild zeigen will, ist, hier kommen wir noch in so etwas wie vielleicht Empathie oder Einfühlung, also neben diesem ganzen Realismus, Spur und so weiter, gibt es dieses ganz andere Register, was aber irgendwie dem Ersten nicht widerspricht, sondern es irgendwie ergänzt, was aber meiner Meinung nach einer ganz anderen Logik folgt, nämlich eben so etwas wie Einfühlung und hier eine Fotografie, die ich in der Bibliothek National gefunden habe, leider kaum zu erkennen, hier sehen Sie also Messonais genau bei dieser Operation, die von seinem Sohn beschrieben worden ist. Ich gehe noch kurz, damit sozusagen der Clash der Medien, den ich versuche klar zu machen, klar wird auf die Fotografie ein, am Beispiel eines Bildes und hier will ich nur zeigen, dass das, was ich beschrieben habe, keine ausschließliche Technik von Messonais ist, das ist eine Darstellung von Menzel, der hier das Fernglas von Moltke zeigt, das steht, schreibt er auch drauf, auch hier geht es darum, es ist nicht einfach irgendein Fernglas, sondern es ist das Fernglas von Moltke und da würde ich so sagen, da geht es wieder um eine ähnliche Art der fast Reliquienhaften Darstellung dieses Objekts. Es kommt in dem Buch dann ein Kapitel, das sage ich nur ganz kurz, damit Sie zumindest eine Linie sehen, es kommt ein Kapitel zur Panoramamalerei, also dieser 360-Grad-Malerei und da interessiert mich vor allen Dingen ein Detail, nämlich das sogenannte Fautterrain, also die Historienmaler, die historische Schlachten rekonstruiert haben, also eben im Panorama, also diesmal mit der Vorstellung, man betritt eine 360-Grad-Leinwand und taucht sozusagen fast ein bisschen wie der ganze Immersionshype heute, taucht in das Geschehen ein und sehr interessant ist natürlich die Zone zwischen dem Betrachterstandpunkt, also dem, der Plattform, auf denen die Betrachter und Betrachterinnen stehen und der Malerei, also wie überbrückt man das, wie überbrückt man den realen Raum, in dem man sich befindet und den gemalten Raum und das wird überbrückt mit dem sogenannten Fautterrain, das sind also reale Gegenstände, die Panoramen sind ja leider fast alle verbrannt, deswegen zeige ich Ihnen hier nur eine Fotografie dieses Panoramas der Schlacht von Eilau und hier sind, da sehen Sie das Bild und hier sind sozusagen reale Gegenstände, also die übrigens zum Teil auch bei den Schlachten selbst in Anführungszeichen dabei waren, eingelassen, also sozusagen um, da sind wir wieder bei Barths Idee des Realismus, der nur vom Referenten beglaubigte Sachen akzeptiert, also es müssen die realen Gegenstände mit integriert werden, hier sehen Sie es noch ein bisschen schöner, das ist eines der wenigen erhaltenen Panoramen in Luzern, also hier sehen Sie die gemalten Waggons, die hier so übergangslos in den realen Raum übergehen, das also nur ganz kurz zur Überleitung und jetzt mit einem gewissen Schnitt, wie der dieses Buch auch auszeichnet, da kommen sehr viele Schnitte vor, zur Fotografie und zwar zu einer Fotografie, die nicht stellvertretend natürlich für alle denkbaren Fotografien steht, an der ich aber glaube ich einen Aspekt klar machen kann, der mir an der Fotografie wichtig ist. Halt, das muss ich doch noch kurz sagen, das um auch nochmal auf die Medienspezifik hinzuweisen, eine Überlegung des Buches, die zunächst vielleicht banal klingen mag, die aber glaube ich doch interessant ist, man kann die Vergangenheit nicht fotografieren, die Vergangenheit ist nicht fotografierbar, man kann nur fotografieren, was gerade jetzt passiert und historisch werden Aufnahmen immer erst nachträglich, also es vergeht Zeit und dann verwandelt sich ein Bild, das als Bild einer Gegenwart hergestellt worden ist, nachträglich in eine Vergangenheit. Das würde ich sagen, ist auch nochmal eine Medienspezifik bezogen auf mein Thema, man kann die Vergangenheit, man kann Reenactments machen und fotografieren, das ist aber nicht die Vergangenheit, sondern das ist ein Reenactment. Die Malerei wiederum kann etwas, eine Einfühlung, die der Fotografie auch versagt ist und das ist das so ziemlich extremste Beispiel der Kunstgeschichte, das ich kenne, James Tissot, leider ist der Titel verdeckt, Sie sehen, dass Tissot hier, das Bild heißt Also hier sehen Sie, was Christus vom Kreuz gesehen hat, hier unten sieht man noch die Füße, also er schaut sozusagen an sich herunter und das heißt, es ist die radikale Form von Einfühlung in eine historische Person, die also versucht, die gesamte Perspektive dieses historischen Akteurs zu rekonstruieren. Das ist etwas, was die Malerei kann, weil sie kann imaginieren, was auch immer sie will, sie kann sich die Vergangenheit so zurechtigen, wie sie will, das kann die Fotografie eben nicht. Die Fotografie ist, zumindest in der Spielart, die mich interessiert, eine Aufzeichnung und deswegen ist es ihr versagt, Vergangenes und dem Film natürlich auch Vergangenes aufzuzeichnen. So, jetzt komme ich zu der Fotografie. Eine historische Schwarz-Weiß-Aufnahme des Hochfotografen Eugen Jakobi zeigt einen Moment aus dem Leben Wilhelms des Ersten. Auf den ersten Blick ist in der Fülle an Details kein Hauptmotiv zu erkennen. Nach einer Weile entdeckt man im Zentrum des Bildes den Kopf des Kaisers. In der blankpolierten Pickelhaube spiegeln sich Bäume und Himmel. An der Seite Wilhelms des Ersten erblickt man seine Ehefrau, Auguste Viktoria von Schleswig-Holstein- Sonderburg-Augustenburg, im Rüschenkleid und mit Federhut ein, wie Krakauer gesagt hätte, Zitat aus seinem Fotografieaufsatz, archäologisches Mannequin, das der Veranschaulichung des Zeitkostüms dient. Also vielleicht kennen Sie das Argument aus Krakau's Aufsatz, der eigentlich sagt, die Fotografie hat eine gewisse Affinität zur Mode oder sie hat mit der Mode gemeinsam, dass sie uns zum Beispiel in der Kleidung und auch in der veralteten Kleidung eine bestimmte Zeitschicht in ihrer Differenz zu uns selber klar macht. Also deswegen ist Krakauer so interessiert an dem Zusammenhang von der Zeitlichkeit der Mode und der Zeitlichkeit der Fotografie, die das sozusagen festhält. Die Fotografie, auch wenn sie das gar nicht will, zeigt eine bestimmte Mode einer bestimmten Zeit und 40 Jahre später sehen diese Bilder ungeheuer komisch aus, weil man diese Distanz sieht. Also deswegen hier der Anklang an Krakauer archäologisches Mannequin, sei das der Veranschaulichung des Zeitkostüms dient. Die kaiserliche Kutsche passiert gerade die Fassade eines historischen Gebäudes. Der Kaiser und seine Frau richten ihre Aufmerksamkeit offenbar auf Personen, die den Zug irgendwo außerhalb unseres Sichtfeldes flankieren. Am rechten Rand des Abzuges, das sehen Sie hier nicht, aber das sehen Sie im Original, das sich in der Sammlung von Peter und Ruth Herzog befindet in Basel. Am rechten Rand des Abzugs liest man den Namen des Fotografen, die Reihe der goldenen Wappen darüber belegt die Prominenz seiner Kunden, deren Namen auf der Rückseite des Bildes verzeichnet werden. Seine Majestät, der deutsche Kaiser Wilhelm II., seine königliche Hoheit, der Großherzog von Baden, seine königliche Hoheit, der Prinzregent Louisport von Bayern, seine durchlaucht, der Fürst Hohenlohe Schillingfürst und so weiter. Der Glanz dieser Namen, ihre Aura von Noblesse und Bedeutsamkeit findet im Bild keinerlei Widerhall. Anstelle einer klaren Hierarchie von Haupt- und Nebendingen erblickt man eine Akkumulation von Einzelheiten. Dass Jakobi den Kopf des Kaisers in die Bildmitte gerückt hat, ändert nichts daran, dass eine Messinglaterne im Vordergrund des Bildes den gleichen Raum für sich in Anspruch nimmt. Hoch auf dem Kutschbock thront der Kutscher, eine Randfigur, deren Namen vermutlich niemand mehr kennt, aber hier überragt er den Kaiser und lässt ihn in seiner Kutsche zusammenschrumpfen. Gemessen an den Meisterwerken des Fotojournalismus ist Jakobis Bild bemerkenswert und spektakulär. Hier eignet sich nichts. Falls doch, sollte es sich etwa um die Randepisode eines folgenreichen öffentlichen Auftritts des Kaisers handeln, lässt das Foto nichts von dieser Bedeutsamkeit erkennen. Zugleich mit dem Kaiser sehen wir das Ornament auf dem Kleid der Kaiserin, die Physiognomie des Kutschers, einen unbekannten Mann am Straßenrand, der dem Kaiserpaar zum Gruß seinen Zylinder lüftet. Im ersten Kapitel des Buches war bereits die Rede davon, dass Missioné im Medium der Malerei gerade diese Eigenart des Fotos adaptiert. Was bei Missioné dann aber Zentimeter für Zentimeter in Feinmalerei auf die Leinwand gebracht wird, zeigt sich im Foto als Resultat einer Aufzeichnung, die mehr und anderes ins Bild bringt, als der Fotograf beabsichtigt. Also was mich hier interessiert, ist eine Tradition des Nachdenkens über Fotografie, die schon bis zu William Henry Fox Talbot zurückgeht, also einem der Erfinder der Fotografie. Der 1844 schreibt, das Interessante an der Fotografie ist, dass auf dem Bild immer Dinge drauf sind, die ich nicht gesehen habe. Also unconsciously recorded, sagt er. Also unbewusst aufgezeichnet, die ich selber als Autor der Aufnahme erst nachträglich entdecke. Warum nun aber soll dieses Generalinventar, das ist das schöne Wort von Krakauer für die Fotografie und der Film als Generalinventar, ja, aller möglichen noch so nutzlosen Details, alles, was da irgendwie ins Bild gesickert ist. Warum nun also soll dieses Generalinventar der Haupt- oder Nebendinge überhaupt von Belang sein, ja. Also die Frage kann, würde mir ja jetzt möglicherweise ein seriöser Historiker stellen, was sollen wir denn mit diesem Bild bitte anfangen. Welchen Sinn hat es, nicht nur die historischen Akteure und ihre Handlungen in den Blick zu nehmen, sondern zugleich auch das gewöhnlich übersehene Beiwerk der Geschichte. Es geht hier nicht um eine symmetrische Vertauschung von Haupt- und Nebendingen, eine emanzipatorische Auflösung der Hierarchien, die dem Kutscher des Kaisers und dem unbekannten Mann am Straßenrand die ihnen versagte historische Bedeutung zurückerstatten will. Vielmehr interessiert mich das Potenzial der Fotografie, Einblick in einen Zustand zu gewähren, in dem zwischen Haupt- und Nebensachen Bedeutung und Kontingenz noch nicht klar geschieden ist. Fotografien, so Krakau, in Anlehnung an Marcel Proust, übermitteln, Zitat, Rohmaterial, ohne es zu definieren. Krakauer beeilt sich, diese zugespitzte Sicht zu relativieren, Zitat, zweifellos übertreibt Proust die Unbestimmtheit von Fotografien ebenso sehr wie ihren endpersönlichen Charakter. Tatsächlich verleiht der Fotograf seinen Bildern Struktur und Bedeutung in dem Maße, in dem er eine überlegte Wahl trifft. Jenseits dieser Wahl eignet dem Foto jedoch, so Krakauer, die Tendenz zum Diffusen und Unorganisierten. In ihrem Buch, ich komme dann zum Schluss, in ihrem Buch Erinnerungsräume unterscheidet leider Aßmann verschiedene Medien des Erinnerns. Texte, Relikte, Spuren, Abfall. Zitat, Aßmann, bei der Verlagerung des Interesses von Relikten auf Spuren geht es um die Rekonstruktion von Vergangenheit, vor allem aus solchen Zeugnissen, die nicht an die Nachwelt adressiert und nicht zum Dauern bestimmt waren. Sie sollen von dem etwas mitteilen, wovon die Überlieferung in der Regel schweigt, dem unscheinbaren Alltag. Hier ist der Weg von Spuren zum Abfall vorgezeichnet. Dank seiner Andacht zum Unbedeutenden verwandelt sich dem Kulturhistoriker und Vergangenheitsdetektiv Abfall in Information. Zitat Ende. Vergleichbares leistet das fotografische Bild im Sinne Krakauers. Ganz gleich, was er mit seiner Aufnahme des Kaisers beabsichtigt haben mag, liefert Jakobis Aufnahme ein Reservoir latenter Information, beispielsweise Material für eine Kulturgeschichte der Kleidung, der Transportmittel des sozialen Habitus der Zeit um 1900. Krakauers Interesse, und hier ist es nochmal zum Abschluss doch ziemlich kompliziert, Krakauers Interesse gilt jedoch nicht allein dem Bewahren des unscheinbaren Einzelnen, er zielt auf eine ontologische Begründung der Fotografie. Das historische Foto offenbart darin nichts Geringeres als den, Zitat Krakauer, Untergrund des Bewusstseins, ein verborgenes Naturfundament. Zitat Krakauer. Das naturbefangene Bewusstsein vermag seinen Untergrund nicht zu erblicken. Es ist die Aufgabe der Fotografie, das bisher noch ungesichtete Naturfundament aufzuweisen. Zum ersten Mal in der Geschichte treibt sie die ganze naturale Hülle heraus, zum ersten Mal vergegenwärtigt sich durch sie die Totenwelt in ihrer Unabhängigkeit vom Menschen. Zitat Ende. Manches an diesen Formulierungen irritiert. Wieso soll die für den Wahrheitsgehalt des Fotos zuständige Instanz die Natur sein? Und wieso bedarf es einer solchen ontologischen Grundsätzlichkeit, die gleich den Untergrund und das Fundament des Bewusstseins aufdecken will? Wer oder was schließlich hat dieses Anliegen der Fotografie als historische Aufgabe überantwortet? Offenbar nimmt Krakauer Natur hier als Emblem und Symbol für all dasjenige, was sich der von Menschen verantworteten Geschichte entzieht. Die Hülle, die zurückbleibt, nachdem das Leben abgezogen wurde. Daher seine Faszination für das Potenzial der Fotografie, Natur im Rotzustand wiederzugeben. So, schreibt Krakauer, wie sie unabhängig von uns existiert. Eine Fotografie wie Jakobis Momentaufnahme des Kaisers, aber auch tausende andere vergleichbare Aufnahmen, liefert so gesehen ein Bild der Kontingenz, Einblick in einen Zustand historischer Unordnung, der von unserem Verlangen nach Bedeutung üblicherweise verdeckt wird. Also ich schließe hier ab. Es ist hoffentlich klar geworden, warum ich diese beiden Bilder gegenübergestellt habe. Ich will nur ganz zum Schluss noch sagen, dass das der Grund ist, warum ich mich in dem Buch für solche Fotografien nicht interessiere. Also dieses, wie auch dann oft geschrieben wird, diese Ikone ist aus meiner Sicht natürlich uninteressant, weil sie zu einfach zu deuten ist. Also man sieht sofort die zehn kunsthistorischen Aufsätze oder Fotos, die sie über dieses Bild schreiben können. Dieses Bild ist ein nachgestelltes Bild. Es gibt eine wirkliche Aufnahme von John Rosenthal. Es gibt eine tatsächliche Aufnahme. Auch die ist natürlich konstruiert. Ich will nur sagen, dass die mich schon mehr interessiert. Also das ist die wirkliche Aufnahme, die von dem Ereignis dieses Flaggenhissens gemacht worden ist. Und hier sehen Sie schon viel mehr von der Kontingenz und der Unordnung als in diesem Bild. Und also ich habe das hier an den Schluss gestellt und auch vor allem diese beiden Ausschnitte gewählt, um nochmal ein Anliegen des Buches vielleicht klarzumachen, nämlich diese Widerständigkeit, meiner Meinung nach, kann man das vielleicht so nennen, die in einer Fotografie eingegangen ist, gerade weil sie nichts bedeutet. Ja, weil sie also irgendwie eine Ansammlung von Informationen ist, bevor wir überhaupt mit Sinn ankommen können. Ja, bevor wir ihnen überhaupt irgendwie eine Bedeutung zuschreiben können. Und das ist irgendwie ein Motiv, das in dem Buch, und das ist vielleicht hätte ich das klarer sagen müssen. Ich habe sehr viel mit Helmut Lehten über dieses Buch gesprochen und Helmut Lehten hat mir gesagt, ich hätte im Untertitel das Buch irgendwie eine Ontologie des fotografischen Bildes nennen sollen. Das habe ich mich natürlich nicht getraut, auch nicht, weil ich das philosophisch glaube ich nicht einholen könnte. Aber die Intuition ist nicht ganz falsch. Vielen Dank.